Ich bin euer Gehran Gaubo, das ist Beneath the Mountains und ja, wir jodeln mal rein hier, ne? Ja, easy peasy. Wir sind ja schon ganz unten angekommen. Dann hacken wir das hier einfach mal ein bisschen weg. Oder dann macht ihr STEM-Nokulation oder was? Naja, egal. Wir müssen nach oben. Wer wird noch draufgehen? Wer wird noch draufgehen? Wird hier vielleicht auch noch ein Tor reinbauen sollen. Mhm. Oh. Wir sind wirklich snabbt. das haben wir geschafft dann machen wir noch einen Krieger in die Reihen und gucken was hier abgeht nichts okay die machen nichts mehr weil wir keinen Platz mehr haben das war ja das Forschungslabor eigentlich nicht wir können mal ein bisschen das Tierchen noch reinbringen oder so wir können die sind fix die kleinen gräber vielleicht auch noch ein paar lagerstätten bauen so ein bisschen abgedeckter ist ein meiner ist gestorben warum ist nichts deswegen ist ein meiner gestorben also was wir Haben wir das auch erledigt, das hier wegkommt weiß ich noch nicht, das machen wir nicht. Hier ist ein Baumbad oder so. Da haben wir noch mal 4 davon, 4 davon. Ah, das ist ein richtiger Golem. Jetzt sehe ich ja auch nie so richtig gut verteilen. Da ist noch keiner gestorben von dem. Das sind Fliegerapparatus. Können wir uns ja hier so durchgraben. Können aber auch einfach hier eine geile Mauer ziehen. Achtung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, können wir hier wieder ein bisschen Prestige einmachen. So, können wir hier wieder ein bisschen Prestige einmachen. Das, dann das. So, das haben wir hier. Das können wir auch noch wegmachen. So, was kommt denn da? So, da brauchen wir mehr Leute. Das ist ja genau 8. Das auch. So, da brauchen wir hier stehen. Cool. Cool. Ja. Ja. Okay. Hmm. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. das finde ich gut das finde ich gut das finde ich gut keine steine mehr naja von mir nie sicher ist oder was cool das finde ich gut das finde ich gut da kann man schon die anderen rücken die jetzt easy das finde ich gut okay wie viel haben wir denn davon das ist einfach so das ist schiene und so viele enemies sind jetzt hier oder was so 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 hier können wir noch eine schiene durchziehen so 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 die arbeiten noch cool aber darf man noch acht davon noch acht das war der grenadier von den long wheels kommen jetzt wenn das war die rohstoffe kaufen könnte das wäre das nicht am markt da bist du eigentlich da man kann nur verkaufen also dass man gebäude technisch tatsächlich sehr sehr abhängig so Vielen Dank. Oh, die kommt von da oben. Laser-Attack. Oh, die kommt von da oben. Oh, die kommt von da oben. So, hatten wir denn hier schon so ein... Nee, gut. Oh, hier nicht, da auch nicht. So. 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 gemacht. easy. So, hier kommt man alle zurück. Haben wir gemacht. Naja. Wie wir den Endpost besiegen, sehen wir dann in der nächsten Folge. Das war ja Geon Grauwut mit Beneath the Mountains. Bis dahin. Ciao, ciao.